Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Ich hoffe, ihr hattet vor allem einen sonnigen und gechillten Nachmittag. Ansonsten momentan traden wir bei ungefähr knapp 43.000 US-Dollar. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Wir halten uns hier wirklich stabil über unsere Widerstandslinie, sage ich mal, mit einer Bestätigung, die wir auch hatten am Wochenende. Also momentan sieht's gut aus, aber bevor wir richtig durchstarten, lasst auf jeden Fall dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ganz wichtig, die Glocke aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Ansonsten, wie gesagt, wir traden momentan bei ungefähr 43.000 US-Dollar. Es hat sich seit gestern relativ wenig geändert. Klar, wir hatten dann gestern nochmal diesen kleinen Breakdown in Richtung ungefähr 40.900 US-Dollar. Haben uns da aber relativ stabil gehalten. Es kam kurz mal Abverkaufsvolumen gegen heute Morgen ungefähr rein. Aber es hält sich momentan wirklich alles die Waage. Also momentan sieht's wirklich gut aus. Wichtig ist aber nachhaltig, dass wir weiterhin über diese 45, 46K auf jeden Fall drüber kommen. Danach werde ich auf jeden Fall bullisch sein. Vorher besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir weiterhin eher in so einer Seitwärtsphase sind. Also übergeordnet sind wir weiterhin seitwärts. Wir haben noch kein höheres Hoch gebildet. Wir scheinen aber weiterhin höhere Tiefs zu bilden. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Stimmung ist zwar sehr bullisch schon wieder, wobei da auch mal ein bisschen Vorsicht sein muss. Aber ansonsten, wie gesagt, nachhaltig müssen wir einfach über diese ungefähr 46K rum hier drüben. Vielleicht nochmal eine Bestätigung, wäre ganz gut. Und dann können wir hier wirklich mal Richtung 56K blicken. Dann wäre ich wirklich bereit dafür, okay, jetzt können wir Richtung 56K hochsteigen. Vorher bin ich da immer noch ein bisschen skeptisch. Ihr wisst, ich bin da eher so immer ein bisschen konservativ, was sowas angeht. Aber es sieht momentan eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, wir halten uns gar nicht so lange bei Bitcoin auf, weil Bitcoin hat sich wenig geändert. Hier fehlt uns noch so richtig dieser Push nach oben. Schauen wir uns lieber ein paar Altcoins an, weil die pushen eher auch Ethereum. Hat aber jetzt hier natürlich eine kleine Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Also wir haben ein höheres Hoch im Chart, tieferes Tief im RSI. Also eigentlich nicht so ein gutes Zeichen. Volumen fehlt hier jetzt auch langsam ein bisschen. Aber gut, wir dürfen das jetzt alles momentan nicht überbewerten, weil der ganze Markt einfach extrem bullisch ist. Das heißt, wir können auch hier noch einfach noch weiter nach oben hin pushen, bis wir dann wirklich nachhaltig mal eine Korrektur dann sehen. Wichtig ist weiterhin, vor allem bei Ethereum, haben wir unser Preisziel von unserem Symmetrical Triangle. Hier oben in dem Bereich von 3.800 bis ungefähr 4.000 US-Dollar. Das heißt, bis da oben hin könnten wir auf jeden Fall steigen. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen ohne Probleme, bis es dann wirklich entscheiden wird. Und das ist dann auch so dieser Bereich, wo bei Bitcoin dann entscheidend wird, ob wir dann bei Bitcoin ungefähr bei 55, 56k bis dahin stehen und dann halt einen sogenannten Deadcat-Bounce kriegen könnten. Aber es ist zu früh. Momentan sieht es einfach wirklich gut aus. Also die Stimmung ist bullisch. Wir können uns mal noch die Altcoins vor allem angucken. Cardano hat perfekt unseren Boden. Also wir haben ja hier vor einer Woche schon darüber geredet, okay, wir machen jetzt hier eine Bodenbildung. Longtrade ist auch schon des längeren offen. Der explodiert, sage ich mal, förmlich momentan. Aber ich will jetzt hier nicht zu überbullisch wirken. Auf jeden Fall krasse Preisbewegung, was wir hier bei Cardano haben. Volumen nimmt auf jeden Fall noch zu. Das ist das, was wir damals immer auch bei Luna gesehen haben. Wenn wir steigen, wollen wir ansteigendes Volumen sehen. Und da sieht es momentan gut aus. Jetzt, was natürlich wichtig, wir kommen in diese wichtige psychologische Ein-Dollar-Marke, die immer wieder Widerstand war, beziehungsweise Support früher hier. Dann einmal Widerstand und Zeit, den haben wir uns nicht mehr drüber geschafft. Also da wird es jetzt wirklich interessant, ob wir das schaffen, darüber zu kommen psychologisch. Aber auch dann wird es wichtig, dass wir hier vielleicht nochmal eine Bestätigung sehen. Der Ein-Dollar-Marke einfach, ihr wisst, diese psychologische Dollar-Grenze. Und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, wäre ein Adam-and-Eve-Pattern. Ist zwar jetzt nicht wirklich schön so mit dieser Zeichnung. Aber würde natürlich auch Bombe eigentlich dazu passen. Ich glaube, Felix hat es damals in die Gruppe gebrauchtet. Preisziel würde mit einem Breakout-Target bei ungefähr 1,20 Dollar, 1,22 Dollar liegen. Und würde hier dieses letzte Hoch involvieren. Das heißt, wir müssten dann nachhaltig über diese 1,26 Dollar kommen. Wäre sogar besser als dieses letzte Tief hier, sage ich mal. Also die 1,26 Dollar ist auf jeden Fall Pflicht, dass wir die rausnehmen. Um auch bei Cardano nachhaltig Bullish zu sein. Ansonsten sind wir weiterhin nämlich hier in einem Downtrend. Auch wenn wir dieses Tief jetzt mal oder dieses Hoch mal rausgenommen haben. Wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtig, so ein bisschen konservativ denken. Nachhaltig ist es wichtig, die 1,26 Dollar rauszunehmen. Das war unser letztes signifikantes Hoch. Da müssen wir drüber. Aber vom Volumen her, man hat es jetzt einfach gesehen. Okay, wir haben jetzt hier unsere schöne Bodenbildung. Volumen hat abgenommen. Jetzt kriegen wir so langsam diese Trendwende rein. Auch im RSI hält unser Trend einfach Bombe. Also Glückwunsch, wer überhaupt da in den Trade reingegangen ist. Profite kann man sich jetzt vielleicht einfach mal 10% nehmen. Einfach mal zur Sicherheit ein bisschen rausnehmen und dann einfach weiterschauen. Ansonsten sieht es wirklich gut aus. Dann, wo haben wir denn noch ein paar Trades offen momentan? Wo haben wir es denn? Phantom habe ich noch nichts offen. Da bin ich noch ein bisschen zögerlich. Ich weiß auch nicht. Also Phantom gefällt mir noch nicht wirklich. Da möchte ich erst nachhaltig über diese 1,37 Dollar bzw. über diesen Downtrend gehen. Ist zwar ein bisschen Risiko, sage ich mal, dabei. Ich meine, wir verpassen hier 15% Move möglicherweise. Aber da bin ich eher Team Vorsicht. Dann noch ein bisschen. Oh, Team Vorsicht. Ey, der triggert es. Wahrscheinlich auch vielen aus Bayern hier. Triggert es dann wahrscheinlich Team Vorsicht. Ne, würde ich einfach noch ein bisschen abwarten, ob hier noch mal ein bisschen mehr Bullishness reinkommt. Der Trend hält auf jeden Fall. Das ist schon mal wichtig, solange wir diese Trendlinie halten. Und danach würde ich mich dann auch richten, ob wir hier aus diesem Falling Wedge dann irgendwann mal ausbrechen sollten. Und dann möglicherweise einen Trade aufmachen. Ansonsten, was haben wir noch? Axie, Infinity habe ich auch eher so einen Long-Term Trade aufgemacht. Also kleine Positionen, kleiner Hebel auf jeden Fall. Und da wartet man jetzt auch einfach mal, dass sich hier wirklich was tut. Wir können uns das gerne mal. Wo haben wir denn Bitcoin Cash? Weil Bitcoin Cash hat einen richtigen Move. Also sowas kann ich mir dann halt auch gut vorstellen, so von der Struktur her bei Axie. Also vor allem bei vielen Altcoins. Auch vom Chartbild her ähnelt sich da vieles. Deswegen habe ich hier mal einen Long-Term Trade aufgemacht. Wenn der irgendwann noch mal ins Minus gehen sollte, ist mir das auch ausschläge ich nach. Aber das ist für mich jetzt erstmal so ein Long-Term Trade. Was haben wir denn noch offen? Ich gehe jetzt mal auf die ganzen Trades ein. ICP, auch Trade offen, auch ein ordentlicher Push. Also ich erwarte hier, relativ zeitnah, sollte Bitcoin hier auch noch mal in Richtung 44, 45k gehen, dass die Altcoins natürlich noch mehr explodieren. Und da bleiben dann halt natürlich auch so Bewegungen. Also ich kann mir ICP bei ungefähr 20,80 Dollar ungefähr gut vorstellen. Nochmal 14 Prozent. Und das kann ich mir bei vielen Altcoins. Wir sehen es jetzt bei Bitcoin Cash. Und so werden wahrscheinlich auch viele Altcoins nach und nach jetzt nachziehen. Aber passt auf, dass ihr jetzt nicht mit zu hohen Hebel hier irgendwelchen Positionen nachrennt. Ist mir extrem wichtig. Niemals irgendwelchen Trends hinterherrennen. Auch Litecoin wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich bin da bullisch. Ich habe gestern in die Telegram-Gruppe Litecoin gegenüber Bitcoin reingestellt, wo man einfach sieht, auch hier ein riesiges Falling-Vedge auf dem Weekly-Timeframe. Können wir uns morgen oder übermorgen gerne mal angucken. Also da bin ich extrem bullisch, was Litecoin dieses Jahr noch anbelangt. Aber trotzdem, jetzt auch irgendwelchen Trades hinterherrennen, wäre ich echt vorsichtig. Ihr seht, überall ist der RSI relativ weit hoch. Deswegen bitte nicht jetzt hier mit 10x Hebel noch irgendwie die Position reinjagen, aufbiegen und brechen. Denn es kommen neue Chancen. Das ist immer das Schöne an Krypto- oder generell auch an Aktienmärkten. Es kommen neue Chancen und die Chancen an Nutzen. Momentan würde ich hier einfach nicht mehr in irgendwas noch rein vormonen. Das kann ich euch ehrlich gesagt nicht empfehlen. Aber es sieht gut aus. Der ganze Markt ist so zwischen 5 bis 9% im Plus. Sieht wirklich gut aus. Hoffentlich halten wir uns, solange sich Bitcoin stabil hält oder sich wirklich auf den nächsten Move vorbereitet. Sieht es relativ gut aus. Ich meine, Bitcoin-Trade habe ich auch schon längerem offen. Wisst ihr ja auch. Also wer den mitgenommen hat, auch Glückwunsch. Ansonsten genießt es einfach. Genießt das schöne Wetter. Es passt wirklich dazu. Aber lasst euch nicht durch irgendwelche Überschriften oder sonstiges in irgendwelche Trades reinverlangen. Dass jetzt eine mega Bewegung vor der Tür steht. Macht diesen Fehler nicht. Bleibt ein wenig neutral. Versucht euch. Orientiert euch nach eurer TA. Guckt, was möglich ist. Aber bitte nicht jetzt irgendwie ausarten, dass wir jetzt hier Richtung Moon gehen innerhalb der nächsten Stunden oder Tage. Gut. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an, die ich noch nicht aktualisiert habe, weil ich faul bin. Schauen wir uns hier mal an. EIP 1559, 2 Millionen Ethereum verbrannt. Ja, für die ganzen Ethereum-Hodler. Ethereum haben wir ja auch gesehen. Performt momentan gut. Performt sogar teilweise Bitcoin aus. Können wir uns auch mal angucken, eigentlich den Chart. Ansonsten, wer den Artikel lesen will, ich stelle ihn euch später auf jeden Fall auch in die Telekom-Gruppe. Wer noch nicht drin ist, kommt in die Gruppe. Ansonsten drehe ich jetzt noch gleich ein Videochen. Kommt dann wahrscheinlich die nächsten Tage, irgendwann will ich noch nichts dazu sagen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Nachmittag. Genießt das Wetter, gönnt euch ein Eis, glotzt nicht zu viel in die Charts und sonst irgendwas. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal.